Moin, hier ist Sam von Marius von Geeks Live Letzebüch und wir stehen heute mit Wahid am Reservoir. Was ist das Reservoir? Moin, der Reservoir ist die Spielerbothek aus der Schalat. Die verkauft aber auch Mangas, BDs und DVDs und CDs. Wir sind den Apprenti vom Reservoir. Auch das ist den Free Comic Book Day. Also, was ist der Free Comic Book Day? Der Free Comic Book Day. Das sind da, wo ein Freikomics geht. Von DC und Marvel. Wieso kriegen die Free Comic Bücher? Die Free Comic Bücher kriegen die Promotion, zumal für die Vollbücher. Wo alle, die ganze Geschichte drin sind. Das ist auch gut für uns zum Beispiel. Dann kommen so Klienten-Hinstaurant, die man hier hat. Und die holen sich die Exemplare. Und nur vielleicht kommen sie zurück. Also, die kommen dann hier hin und die holen sich dann im Buch? Die haben auch ein Exemplar am Anfang für den Free Comic Book Day. Und nur, wenn ihnen das interessiert. Zum Beispiel das Jahr haben wir Spawn, haben wir Wonder Woman. Ich weiß, dass zum Beispiel Wonder Woman das ihr vom Kino kennt. Als Film. Die ich zum Beispiel vielleicht, wenn sie das gesehen, interessiert es ihnen der Comic. Dann kommen sie, siehstchen sie Comic. Meistens kommen sie immer den Exemplar holen vom Comic. Von der Serie. Wenn eine Serie da ist. Das heißt, für mal zu wissen, wen Wonder Woman ist. Wenn sie gar keine Ahnung darüber holen. Wir haben auch das Paar. Das Paar kennt da auch nicht so viel. Das heißt, wenn sie so kleine Exemplar holen. Das ist immer gut. Gut. Ja, das habe ich schon ganz zusammen geguckt. Also, mit denen sind aber auch viele Leute hier. Also, sie sind aber auch Leute hier. Ja. Das war. Jetzt hast du Leute, die extra kommen für den Dach. Die kommen hier, die holen sich Exemplare und dann noch gehen sie rum. Das ist gut. Das funktioniert ja der Woche. Das funktioniert schon gut. Weil am Anfang von der, wo man möchte, sind es nicht viele Exemplare. Das ist schon da auch. Zum Beispiel, weil ich bin auch ein Comic-Buchs-Fan. Und wenn du keine Joker-Personagen hast, dann finde ich das immer gut. Wenn du so ein Gratis-Exemplar kriegst, dann lese ich ihn ein bisschen. Guck den, ob er das interessiert oder nicht. Dann guck den, ob das Buch du hast im Geschäft. Ja. Ja. Dann... Das hilft dir nicht, oder? Das ist... Ja. Wann die Leute reservieren, wo du fandest? Wo, wo, wo fandest du? Ja. Der Dres ist aus der Russisch-Grand-Rue-Galerie Neuberg. Das ist in der Stadt, nicht weit von Bakers. Für die, die heute keine. Okay. So vielmals merci für das Interview und für die Zeit. Ich würde auch noch mich für den Abend schon fahren. Das war heute, wo du schon vielmals lebst. Ja. Schönen Tag noch. Merci, nein. Und noch viel Spaß und viel Comic Book Day. Merci. Okay. Tschö. Ade. Ein Style. Mas您 saw anyone weg wie Ciao Gda undchau.